Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier auf meinem Kanal Wurzwein19. Heute bin ich jetzt hier auf der Windestraße hier in Duisburg. Ja, Duisburg. Denn ich stehe jetzt auf der Duisburg-Seite, aber die Häuser da hier stehen bereits in Mörs. Keine Ahnung warum, aber so ist es leider. So ist es leider. Und jetzt gehen wir mal zu Köfe, so Brücke. Schauen wir mal, da haben wir auch neue Abfahrtäume bekommen. Ich habe jetzt ja so bei Google nachgeschaut und da standen noch die so alten Mülltonnen, also die normalen Mülltonnen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg. Und jetzt kommen wohl die so Mörser mit Müllabfuhr extra nur wegen dieser Häuserseile hier rein. Aber das wüsste ich wohl jetzt so bald so bald wieder ändern, denn jetzt hier in diesem Bereich werden die so Grenzen wieder neu gezogen. Leider, leider wohl so keine so komplette Eingemeinung, das wäre super, das wäre prima für uns alle. Aber dafür, genau, die Straße hier, die kommt noch so Duisburg eben so der Gehweg. Aber die Häuser da, die Häuser stehen bereits auf Mörsergebiet. Und die profitieren ja von den Laternen hier, da es hier in Duisburg keine so Nachverschaltung gibt. Und siehe da, da steht die Mülltonnen, aber doch genau dieselben, die ich bei Google Maps auf der Linken Seite gesehen habe. Keine Ahnung warum, vielleicht wurde die so Grenze erst mal vor wenigen Jahren verändert, denn die Google Aufnahmen stand ja von Jahr 2008. Über so eine kleine so Treppe, über die wir jetzt gleich hoch stehen, um zur Kölbebrücke zu gelangen. Die so Kölbebrücke ist die so wichtigste Brücke hier in der so Gegend. Und ist jetzt leider für den so KS-Verkehr geschwert. Das heißt, auch für Busse. Ach, da ist die Kölbebrücke. Und hier ist auch eine Aufnahme, genau, das ist die so Grenze hier. Die Grenze verläuft hier links am so Gehweg. Ja, das heißt, ich habe jetzt versucht, jetzt für die so Linke Häuser einen Mypass zu bestellen. Und dann merkt das System, ah, sie liegen außer dem so Bedienungsgebiet. Das hat sich daran, dass die Punkte, die bei so Google Maps hinter der Grenze liegen. Das heißt, man bestellt sie jetzt einfach auf der rechten Seite aus. Und man wird sie einfach aus und dann dahin aufhöhnt des Hauses. Das wird völlig kompliziert, völlig kompliziert. Das ist ja auch bestimmt ein Backbund, so DVG. MyBus, denn an dieser Stelle wird jetzt hier so definitiv von dem MyBus service angefahren. Legentlich da hinten westlich in Richtung Duisburg-West wäre es Duisburg-Mörs. Da fährt der zum MyBus leider nicht. Ich finde es wirklich sehr schade und tatsächlich als Duisburg-Mörser, dass die Scherpenberger gegen diese eigene Meinung waren. Völlig, völlig unverständlich. Das ist ja die Prozessprobleme, die reden auch heute aus. Sag mal, Ommelszonen, die liegt ja in der Ommelszonen. Die Einzel-Lukais-Lukais-Lukais-Lukais-Lukais-Lukais-Lukais-Lukais-Lukais-Lukais-Lukais-Lukais-Lukais-Lukais-Lukais-Lukais. Lloyd倒ien-Lukais-Lukais-Lukais-Lukais-Lukais-Lukais-Lukais-Lukais-Lukais-Lukais-Lukais-Lukais-L توisburgel Much office? Felicit Im Wissensstand wird die Brücke jetzt komplett abgerissen. Zuerst wird diese Brücke und vielleicht auch ein paar Teile dahinten nach Duisburg übertragen. Vom Duisburg-Mörs nach Duisburg. Und dann hat sich die Stadt Duisburg selbst eine Brücke gebaut. Aber ich frag mich warum. Die Stadt Mörs hat doch so viel Geld. Wenn sie sich für Teuerzeiten im Rathaus mieten kann. Und eine neue Bibliothek. Und dann irgendwie eine neue Museum von immerischen Grundschulen. Aber für Technik und für IPV ist kein Geld da. Schau mal. Ich steh noch jetzt hier irgendwo zum Mörs. Genau. Ich steh immer noch hier im Mörs. Ist noch. Stand Januar 2020. Und ich kann mich jetzt hier komplett frei bewegen. Diese Einbahnstraße hier. Ich kann mich hier auf der Straße bewegen. Ja genau. Dann geht es in Richtung. Genau. Genau da. Ab da fängt die Duisburg an. Ja. So ist es leider. So ist es leider. Jetzt ist diese Körbebrücke. Über die bin ich sehr, sehr oft gefahren. In meiner Kindheit. Sehr, sehr oft. Da ich öfters mit meiner Oma. Und auch mit meinen Onkels. Mal nach so. Von. In die Duisburg Innenstadt fahren bin. Und die wohnen jetzt hier. Die wohnen jetzt hier in so. So. So Kapellen. Und dann damals. Wo ja noch die 924 direkt von Duisburg. Direkt von Kapellen müssen. Bis. Bis in die so. Die Duisburg City. Eine sehr sehr tolle. Bewusstverbindung. Einnehmer Takt. Das wollte die so. Die VG auch jetzt wieder so einführen. Aber die so Stadt Mörs. Hat gesagt. Nein. Das wollen wir nicht. Und. Und hat auch noch diesen. So Schülerbus eingestellt. Ich frage mich warum. Die Schild sind jetzt hier in so Duisburg Style. Endet hier diese Mörs. Stadtkrieg. Und jetzt hier in Duisburg. Ja. Das ist die. Sofa Straße. So der Wasserssee. Anlage am. So. So. So nennen wir. So. 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 So få Hone. Das heisst. He? Nur mal. Das ist ein Esklaffell hier quasi. Oh mein. Anlage. Ach den Kerber? Die ist hier außerhalb der Um railzone. Aber die Straße ist nicht von Fahrzeugen befahrbar. Auch wenn die außerhalb der Um railzone liegt mit dem Verein. umgeflagiert haben, sprich machen wir uns immer durch die Umgebung zu fahren, um diese Straßen absichtlich zu machen. Diese Kölbebrücke, ich laufe also nicht da rüber, vielleicht kaum ein Auto, jetzt hier lang, das ist sehr sehr gut für mich. Ich komme einfach wieder zurück über diese Kölbebrücke. Die Brücke soll kommen, aber eben keine so Behelfsbrücke, die ich halt immer so wollte, nämlich zuerst nicht so provisorisch wie so Behelfsbrücke bauen, damit zumindest die Bustürung erfangen können. Aber die Stadt Duisburg wollte dafür nicht zahlen und das finde ich auch okay so. Denn wofür soll die Stadt Duisburg nicht zahlen, wenn die Brücke vor allem nicht auf dem Erstergebiet liegt? Duisburg wurde schon genug von den Schattenbergern bestraft, da sie ja nicht ihre so Eingemeinung, die Landesregierung, ihre Landwirtschaft und die Stadt. Das war natürlich dafür, dass das hier jetzt hier, dass alles jetzt so Duisburg, der Rüstungsbetrieb Duisburg mein, die bieten sehr gute Leistungen, weil so am Bus, DVG. Die 1929 fährt ja lang, die 1929 fährt jetzt da runter, über so Trommeld Bahnhof und da so hat man einen sehr guten Ansturz an den RBI 31 zu Duisburg. Und zwar bei E-F-Rei, Übrigens, war eh frei. Komplett war eh frei. Ohne Zeit, sprich, man muss nicht die Gitarre wechseln. Ebene, hätte ich wohl sagen. Ich hab die Ampel ja ausgestohlen von irgendwelchen Dieben. Aber die oben haben sie ja nicht gemacht. Die waren aber so topmoderne Ampel. Die Ampelnader wurde ja bereits vor fünf Jahren von diesem Jahr anders mit der so neuesten Technik. Also natürlich sehr heiß mit dem Gast, weil ich den Dieben... Eine Zeit lang durften die nur Autos rüberfahren, aber jetzt karrt keiner mehr. Außer Fußwänger und Radfahrer. Noch nicht mal Motorrad fahren, dürfen die auch wieder durchfahren. Aber ich kenne Leute, die einfach hier rüberfahren. Und das ist der Rumpeter Bahnhof da hinten. Ich schlafe mal wieder zurück. Da ist wieder die 920er. Mit der Radio Duisburg-Werbung. Cool. Die fährt alle Busse, die die 920 fahren, die sind nur noch bis zur Grenze. Früher hieß die 920 mal die so schnellen Busse zwischen Duisburg-Mitte und Mörsmitte. Leider wurde diese eingestellt und durch die Nieder SP30 ersetzt. Und fährt nicht mal zum Bahnhof. Ich glaube schon was hier steht. Brücke der... Ich kann das leider nicht lesen. Öff... Öffnungs... S-I-K-K-I-K-A-T. Kann jemand das lesen? Ich kann das leider nicht lesen, weil jemand das hier drüber gesetzt hat. Sehr schade. Sehr schade von der... so Stadt Mörs jetzt hier, dass sie nicht die so 300.000 Euro aus der so eigenen Tasche zahlt. denn, ja, das ist leider so, das ist so, die nutzen auch hier als Parkfläche, manche Autos gefahren, nutzen auch hier als Parkfläche, schau mal, die haben sogar diese, ach so, die Laternen gehören hier zum Mörs, sag mal, hier sind die Mörser, hier sind die Mörser Laternen, und das sind die Duisburger Laternen, obwohl, beide liegen jetzt hier im selben Stadtgebiet, nämlich vom Mörs, aber was ich noch an Mörs schlecht finde, dass sie zum Kreis Esel gehören, ich kann Mesel gar nicht mehr aussprechen, denn die haben so viel Scheiße gemacht, so viel, so falsche Sachen, so ist es leider, und dann so halb Mörs, mag den so, mag Mesel nicht, die dann dann, Mesel ist dann auch, sie sollen dasselbe spielen, zwischen Duisburg und Köln, die kann man sehr gut spotten, das ist ein sehr guter Spotterpunkt, für alle hier gerne RB31, LIND-Fahrzeugen und auch Güterzüge, leider fällt jetzt gar keiner durch, oder? Hier stehen so die Aufkleber der, so, der, so localischen Stadtwerke, die sind jetzt hier in so den himmeländischen Stadtwerken, und die Mörser-Stadtwerke hat sich natürlich überlegt, super, wenn man ganz auf dem Handy so Störungen melden, klappt leider nicht so immer, muss ich leider sagen, muss ich leider sagen, schau mal, das ist übrigens mal ein Gehweg, das heißt, ich muss jetzt hier auf der Straße rumlaufen, oder was, jetzt heißt die Bewindelstraße, ich würde euch noch was zeigen, eine alte Bewindelstraße, jetzt ist noch hier Mörs, das ist nur die alte Linie von der Kölbebrücke, Kölbe wird doch mit zum Öl geschrieben, oder doch nicht, da gibt es einmal zwei Schreibweisen, Umleitungsstrecke, Wasserski-Anlage, nach links, alle müssen nach links fahren, außen noch ein Radfahrer, aber es steht nicht so ein Radfahren, das ist sehr, sehr verwirrend, und alter Käfer, cool, alter Käfer, alter Käfer, hast du erst angehalten, um diese Kölbe zu schauen, das ist kein Gehweg, das ist kein Gehweg hier, muss auf der Straße laufen, das heißt, das ist ja offensichtlich, ich sag, in der Innenaus, nein, das ist Inneraus hier, Duisburg, übrigens, so Duisburg-Lauten steht hier, ja mal, ich bin jetzt noch hier Mörs, das ist links, das ist ebenfalls Mörs, die Brücke auch, und der össliche Teil, jetzt schauen wir mal, die Mörser-Laterne hier, top, top moderne Laterne, dann ist die so S80, die einen der Einheitsstelle am Steinbring kehrt, das ist übrigens die so einzige Haltestelle hier auf dem Mörser-Gebiet, äh, die zweite Haltestelle auf dem Mörser-Gebiet, also auf diesem Mörser-Gebiet, die hier, keine, die ja, diese Haltestelle, die wir hier haben, und diese auch, diese Haltestelle auch, das Besondere an dieser Haltestelle ist, dass die rechte Haltestelle in Mörs liegt, und die linke Haltestelle gerade noch eben in Hinsburg, oder? Jetzt sehe ich euch das Schwachsinn. Ne, 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 die Kronen verläuft, die sind genau da, neben dem Haltestelle, wo ich jetzt sitze. Cool. Und das noch, hier steht jetzt, schau mal, was hier steht. Mörs in 5 Kilometern, aber nicht gelbe Schrift, hier haben wir nicht gelbe Hintergrund, sondern Mais Hintergrund, das heißt, dass Mörs eigentlich ein Stadtteil, genau, Stadtbizier von Flussburg, das sieht man auch jetzt hier an diesem Schild. Sehr gut, sehr, sehr gut. Aber die Laterne steht noch in Duisburg, genau, steht noch in Duisburg. Genau, und was ich noch von Monat, von Monat, von Monat, ich finde, schauen wir uns mal rüber, diese Körbebrücke, hinter der Körbebrücke, Minderstraße 920 NE2. Schau mal, hier in welcher Wabel der Haltestelle liegt. Ja, auf die Haltestelle soll man auf keinen Fall verlassen. Denn auch in Haltestelle 0384, aber das stimmt auch hier, denn diese Haltestelle liegt ausschließlich in der Wabel 334, ja, sprich für so Duisburg rein so draußen, rein, rein aus der Wabel. Und das Obel-Haltestelle jetzt hier in so, 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 hier gerade jetzt hier in der, gerade jetzt hier in so, so Mörs steht. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Und das haben wir natürlich auch den VLR bereits gemeldet, dass es in dem Raum Duisburg auch Haltestellen gibt, die eigentlich geografisch gesehen ganz woanders liegen. Und das ist auch der Trick, denn die Haltestelle, an der du so, am Steinbring liegt, liegt, liegt in Pfeilhaben. Und die Haltestelle Trompett-Bahnhof und Öst- und Traum, Öst- und Traum-Bahnhof, liegen auch in zwei Waben. Ich weiß nicht, wie es bei der Haltestelle Unterstraße oder so aussieht, die Haltestelle ist nun mal in der Haltestelle, in den 914. Aber ich denke mal, dass sie auch hier das 2-Wahnen-System anwenden. An dieser Haltestelle, SV Gästenbote, die Haltestelle auch hier in die Wabel 2201 einzubinden. Mörs-Kapellen, Mörs-Mitte, Mörs-Mitte über Romberg. Achso, das ist ja auch eine Sonderregelung hier. Mit dem Intimid A2 im Verwarnbar-Tarif darf man auch über Romberg fahren. Das ist ja eine Sonderregelung. Ich verstehe, keiner versteht das. Man fährt sich wieder zwei Waben. Man fährt quasi durch so drei Waben, wenn man in den 912 von Rheinhausen über Romberg bis nach Mörs verkehrt. Dann fährt man durch so drei Waben. Mindestens durch drei Waben. Das steht jetzt vor Rheinhausen, aber still. Aber in minden Monaten will das still wieder richtig stehen. Wieder richtig stehen. Sehr, sehr gut gemacht, Duisburg. Sehr, sehr gut gemacht. Das steht an der Kölbe. Das steht in Mörs. Das Haus hier steht in Mörs. Das ist hier die Grenze. Das ist hier die Grenze. Genau. Und dieses Trafo-Häuschen. Ich dachte auch immer, dass das hört zu Mörs. Da auf der linken Seite. Aber diese Trafo-Häuschen steht hier gerade noch auf dem Duisburg-Gebiet. Denn die machen einfach hin. Die liegen einfach da hinten und bis dahinter in den Trafo. Und dann wieder da hinten hoch. Und dann so kurz hinter dem Schlösser. Und die sind hier von vorne. Dahinten ist ein Beziehungshof von der Rheinbahn. Der ist leider erschädigt worden. Der ist abgerissen. Und das Beziehungshof steht dort nicht so mal. Aber ich gehe nicht so gerne in Mörs einkaufen. Erst nach der Eingemeinung. Eventuell in der Eingemeinung werde ich wieder in Mörs einkaufen gehen. Aber jetzt auch sehr nicht. Und ich gehe nur in Duisburg einkaufen. Oder eben jetzt hier in so Trompett. Bergheim. Rheinhausen. Hornberg. Und so weiter. Das ist auch der Personalfreundlicher. Und so weiter. Ist einmal nicht so eine persönliche Meinung dazu. Und so unterstützt ihr, dass ihr das ÖPNV-feindliche Verarbeitung... Oh, da steht ein Golf. Das ist ein 2er. Das sieht man auch nicht so oft. Hier in Deutschland. Auf dem Balkan sieht man die Videos sehr, sehr oft. Zum Beispiel in den so ärmeren Ländern. Aber jetzt hier in so... Hier in Deutschland. Das ist ein Oldtimer. Das ist ein sehr schöner Golf. Und das war es auch schon jetzt hier mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.